Ja, super. Jetzt kommen wir wieder runter dort, wo wir kommen. Das ist eben ein Land. Ich weiss auch nicht, was ich alles drücke. Einfach, einfach, einfach. Einfach nicht drücken. Ja, etwas wird sicher. Jetzt noch Griechschiff sind. Jetzt kommen wir nämlich genau auf welchen Ort überladen. Wo wir nicht aufhängen können, oder? Ja. Ich verstehe. Ja, da hätten wir hergezogen. Ja. 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 Das ist hier, wo wir sind. Und einfach hier können nachhalten. Das ist hier.